Hallo, hier bin ich wieder, euer Hawking Kingston mit Herz und Seele. Bereitet euch wieder euer Game Over vor. Heute im Video Setsuan. Es gibt wirklich sehr gute japanische Rezepte. Lecker! Lecker ist euer Buch, die Geschichte von... Sechuan, hm, ist ein japanisches Gericht. Mach mir es doch einfach. Wieder vorbereitet, immer eine gleiche, ich kann etwas trinken und Hände waschen nicht ergänzen, meine Lieben. Dafür schneidet ihr eure Zucchinis in Stücke. Dann brauchen wir unseren Kakarot. Dann braucht ihr eure Sojasprossen. Dann schneidet noch eure Paprikano. Dann schneidet noch eure Lauchzwiebeln. Dann braucht ihr noch Zwiebeln. Dann schneiden wir unseren Rinderwahn in Stücke. Den Rinderwahn macht ihr jederum in eine Schüssel. In die Schüssel gebt ihr Sojasauce, Kochwein. Das Ganze wird dann mit Gewürzen und so. Legt den Schalter von eurem Herd um. Gebt eure Pfanne auf die Herdplatte. Dann gebt ihr Öl hinzu. Gebt euren Rinderwahn in die Wokpfanne. Dann bratet euren Rinderwahn gut an. Dann geben wir unser Gemüse in die Pfanne. Das Ganze wird dann auch noch gut angebraten. Dann habe ich das Ganze auch noch ein bisschen gewürzt. Natürlich möchte, kann ich noch Reis oder so dazu machen. Wer halt möchte. Meint ich für euch das Rezept auf den Tisch flach? Für euch das Rezept auf den Tisch flach gelegt. Sehr schön. Schnell, einfach, frisch und lecker und Mahlzeit, meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Frisches Gemüse, ein bisschen Rindfleisch, mega Rezept, schmeckt top. Jetzt abspeichern, auf jeden Fall nachbauen. Es lohnt sich. Bis zum nächsten Mal.